Das ist auch so eine Schwierigkeit. Am Mittwoch hast du mich verleckerst. Kannst du so lange bleiben hier wie du vor bist. Aber war knapp. War knapp. War knapp. Hast du schon ein bisschen gespielt? War knapp. 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 und die Polizia, ne? Ja Kennst du die Geschichte von ihr Papa in Roma? Benedetto Hat er gesagt zu seinen Fahrern für sie fährt ihr Auto und hat gesagt Luigi, bitte heute, ich möchte fahren und Luigi, nein, Monsignore Sie fahren immer so schnell Ah, ihr Papa Benedetto Nein, nein, nichts Heute, heute ich fahre Der Papst setzt sich an die Steuer Luigi hinten, sein Fahrer und Luigi steht Und der Papst Forza, sie über die Autostraße in Roma 70, 80, 100 有人 dann aurant Und jemand oder? genau Wie ein Polizia tarkst 1 Phase Ok avenues Lamborghini Polizia, stopp! Oh, er sieht die Papst an der Steuer. Telefon zu seinem Chef. Chef, 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 habe ich Polizeikontrolle, habe ich ganz hohe Tiere, ganz hohe Tiere. Was hohe Tiere? Der Bürgermeister? Nein, 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 noch höher. Wie, was? Der Staatspräsident? Nein, 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 noch höher. Wer kann sein? Ich weiß, ich nicht kenne, aber der Papst ist sein Vater. Vielleicht ist Gott. Vielleicht ist Gott. Hallo, das war die... ...aber... ...aber... ...aber wir alle.